So Leute, Grüß euch und weiter geht's bei No Time, das perfekte Zurück in die Zukunftsspielen. Jetzt fahren wir wieder zurück zum Bahnhof und dann nochmal wieder zu Bernd Singster und holen uns da eben das, was wir brauchen. Denn jetzt haben wir ja gerade Geld verdient in diesem sozusagen Burger King. Und ja, der fängt jetzt ab zum Bahnhof und dann fängt es rüber dorthin zur Brückstadt, ne? Also Kap Dann, irgendwie sowas hab ich, ne? Und ja, da holen wir uns ja das Ding, was wir da eben brauchen. So, zack. So, zack, aussteigen. Also machen wir mal ein bisschen Licht aus, ja, ansonsten. Ach, geht nochmal, wenn ich drinne bin. Weil jetzt Licht ist hier, ne? So. So, ne, Licht ist hier irgendwie, ne? So, zack. So, haha. Und ab nach oben ist eben nochmal zurück zur Brückstadt und holen uns eben schön eben das Teil. Oh Mann, man merkt es ja sehr dunkel. Ah, da waren auch schon andere Leute wieder. Ja, jetzt haben wir es auch. Warte, wie spät ist es denn? Ihr könnt es erst nicht sehen, wegen meiner Kamera. Wir haben jetzt gerade 19.34 Uhr im Spiel. Alles klar. In Wirklichkeit natürlich. Ha. 21.25 Uhr gleich. Ha. Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn es vielleicht noch Echtzeit... Oh, bestimmt noch irgendwann kommt ein Echtzeitmotto oder sowas. Bestimmt. Okay, ich glaube, es kommt nicht was, weil hier ist ein Strahl. Aber muss es, glaube ich, gar nicht bedeuten, dass vielleicht was kommt. Ne, jetzt ist der Strahl auch wieder weg. Warte mal. Oder hat der Strahl immer gesagt, bedeutet dass vielleicht was kommt? Ne, wir müssen abwarten. Der Zug kommt gleich. Und dann geht es fix weiter. Aha. Jetzt ist da wieder ein Strahl am Laufen. Okay. Ich höre was. Und zwar, wir hören den Zug kommen. Yeah. Mega. So. Und zack. So. Am besten hier hinsetzen. So. Hä? Du sollst dich da hinsetzen, holz. Was ist los mit hier? Na. Ei. Okay. Irgendwie klappt das mit dem Hinsetzen da jetzt gehört, ne? Ha. Na gut. Ah, jetzt ist es jetzt. So. Ne. Okay. Peinexper Schwiebelstation. Da sind wir gerade momentan erhalten, ne? Ach. Vielleicht ist Leute von der Seite gefällt mir das nicht. Kann für den doch von jetzt da hinsetzen. Komm schon. Was? Wo ist denn? Hä? Wo? Wenn ich hier, das war es eben doch von der Seite. Nächster Halt. Byroad Schwebelstation. Nächster Halt. Byroad Schwebelstation. Da wollen wir nach Brüchstadt. Wart. Ja. Ach, Mensch. Das Ding nach oben ist. Aha. Wie geil. Yeah. Byroad Schwebelstation. So. Nächster Halt. Byroad Schwebelstation. Okay. Wir sind schon da. Aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Hier steigen wir nicht aus. Wir warten noch ein bisschen ab. Ach, da ist ein Bürger an der Stelle. Ach so. Ja, das habe ich nicht gesehen. Das wusste ich gar nicht. Kann ich denn hier sitzen? Ach, hier kann ich. Ach. Okay, aber hier sehe ich es. Die Anzeige ist schlecht. Aber wieso sitzen da? Ich sitze aber auch gar nicht. Ich sehe niemanden sitzen. Den war das mal noch anders ab. So. So. Zack. Ne, noch beschissener. Auch. Dann hier hin. Zack. So. Viel besser. Jetzt habe ich. Okay. Fehler. Okay. Da ist doch irgendwas sicherlich gespielt. Nächster Halt. Fisch. Fehler. Aber vielleicht soll das auch so sein. Kann ja auch sein, ne? Oh, nein, 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 nein. Lissen bleiben. Na, wo sind wir jetzt? Ach ja, wir sind ja, ja. Bei denen war noch nicht in, noch nicht in Brückstadt, wo wir hinwollen. Nein, wir wollen nach Brückstadt. Nach Kap dann zur, zur Bernds Store, ne? Und wie gesagt, das Magnet-Ding da, zur Rolte waren, naja. Okay, okay. Ja, alles klar. So. 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 Momentan der Halt. Wo war sie? Jetzt geht's los. Warte mal. Ne, jetzt geht's los. Genau. So, gut. Dann stehe ich nochmal auf. Und wir sind gleich sofort los da, wo ich hin muss. Perfekt. Yeah. Nächster Halt. Kapitan Brückstand. Jawohl. Mega perfekt. So will ich das noch erleben. Ich muss jetzt die mittlere Tür. Genau. Oh, jetzt. Okay, wir sind da. Wir sind da. Zack. So. Okay. Hier runter. Äh. Dann zack, da hin. So, pass auf Leute. Ne? Nicht nochmal übersehen. Zack. Und. Einfach hier hin. Ha, da ist er schon. Der Fahrstuhl. So. Zack. Das war. Wir sind oben. So, ab geht's eben hin jetzt zu ihm. Jetzt haben wir 41 Dollar. Haben wir schnell zusammengekriegt. Yeah. So einfach Leute. Ich habe auch ein bisschen Geld verdienen. Mal eben, ne? Ein bisschen arbeiten. Dann einfach sagen. Mission beenden. Bisschen abbrechen. Und schon haben wir die Kohle drin. Und. Äh. Zwischendurch mal, ne? Auch Uran zum Beispiel. Leeres Uran in die Mülltonne da werfen, ne? So. Jetzt kriegen wir endlich das Magnet-Teil da. So. Zack. Bernd. Kann ich was kaufen? Will ich den Tier in die Uhr kaufen? Nein. Magnet-Teil. Boah. 12 Dollar kostet das Ding. Und das kaufen. Thank you. Okay. Zack. Eins drücken und fertig, ne? Ich habe einfach die Eins gedrückt. Und es ist jetzt einfach hier in, 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 im Inventar. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. 13 Minuten haben wir noch Zeit. Sehr schön. Und haben noch 29 Dollar. Perfekt. Als nächstes brauchen wir noch Uranium. Das können wir in neuen, in 612 Laden kaufen. Und das machen wir auch gleich. Und dann fliegen wir in die Vergangenheit. Und holen fix die Uhr. Und ja. Aber die Uhr müssen wir einfach dort lassen. Zack. Yerola. So. Zack. Jetzt geht's zurück nach Pine Lake. Oh, ne. Der Zug ist wohl gerade nicht da, wie ich sehe, ne? Boah. Ist das dunkel. Kann man irgendwie Licht an? Boah. Huh. Huh. Ist das dunkel. Ja. Ich gehe mal besser. Hier ist aber wohl hin. Huh. Wie ist das dunkel, da hier ist das Spiel. Ja, aber ich habe auch noch keine Taschenlampe, nee. Warten wir mal ganz kurz eben. Wir gucken mal kurz mal nach. Klang, Grafik, eine Helligkeit oder sowas gibt es hier nicht. Nein. Niff. Wohl. Nicht. Lightnams. Blumen. Kontrast. Ah, Kontrast kann man ein bisschen höher machen, meine Güte. Huh. Wo ist das denn jetzt? Oh, ho, ho, ho. Das war gar nicht gut. Kontrast wieder komplett runter. Ne, wir lassen es dann mal wissen, so wie es ist, ne? Nasa-Pix hier. Ah, Lass auf Nasa, genau. So, zack. Zack. Und zack. So. Warten wir besser mal ab, bis es dazu kommt. Und dann fahren wir gleich gemütlich sofort weiter. Okay, radiotische Strahle auf drei Prozent. Okay, okay. Ähm. Da hat er doch irgendwas, das da wahrscheinlich, ne? Oder, oder, oder? Ah, ne, das da, Zeitverschiebung, das Teil da. Aha, okay. Ja, wo kommst du jetzt Zug? Guck mal. Ist das der Zug? Sehe ich den hier gerade, oder was? Bridge Town? Ja, aber Bridge Town bin ich gerade. Ach, Moment mal. Hä? Ah, da ist er ja. Nice. So, jetzt ist er gerade, ne? Zack. Ha, perfekt. Ja. Perfekt einen Platz bekommen. Yay. Können wir schön perfekt oben ran gucken jetzt an der Anzeige. Juhu. So, zehn Minuten haben wir noch. Jetzt geht's schnell zurück zur Brückstadt. Dann holen wir noch eben die Sache. Äh, das, ähm... Na, komm, sag an. Ach, komm schon. Äh. Holen wir noch eben, äh... Ne? Okay, wir wollen wieder. Holen wir noch eben, ne? In der Vergangenheit war es 1795 die Uhr. Verkaufen die aber in der Zeit an den Arthur, ne? Den Edward. Und dann geht's zurück in die Zukunft. Aber, Leute. Nur einfach einen Tag später. Und von mir ist es ungefähr eine Stunde später. Oder zur selben Uhrzeit. So. Aber wie gesagt, ich hab mir jetzt ein bisschen so das, so... Von The E-Man das Gameplay eigentlich angeschaut. Wie das eigentlich richtig hier funktioniert. Und wie der es gezockt hat. Und, ja, so funktioniert das auch am besten. So macht das auch. So, da ist die Zeitmaschine. Sehr schön. So. Zack. Zack. So, zack. Licht an. Jo, mal los. Das ist dunkel, ey. Ne, fliegen können wir ja noch gar nicht. Aber bald. Ja. Oh, hey. Ja, doch. Da müssen wir hin. Genau. Jetzt kaufe ich jetzt ein bisschen Uran. Ich denke mal... Ich denke mal, dafür sollte unser Geld reichen, ne? Das kostet Uran. 15 Dollar? Ist das euer... Sag mal, gibt's ja wohl nicht. Schatze. Okay, eins nehmen wir schon mal zumindest. So, zack. So, ja. So, und da setzen wir da aber schon mal hinten ein. Warte mal, aber haben wir... Ne, haben wir nicht. Moment mal, ich finde da was ein. Aha. Was? Ach, ich... Ach, ich hab hinten sogar noch drinne. Ach. Na, das ist aber perfekt. Dann packen wir das doch mal hier rein in unser Gepäck. Ne? So, zack. Reiner mit dir. So. Zu. Ja. Perfekt. Oh, nein. Wir brauchen noch einmal Uran. Ja. Das werde ich... Werde ich auch gleich noch verstehen, warum. Aber dann gehen wir erstmal ganz schnell eben arbeiten nochmal. Ein bisschen Geld verdienen eben schnell. So. So. So, zack. Ich will nochmal schnell ein bisschen die Kohle machen. Ja, wir müssen ja auch wieder zurückkommen in die Zukunft, ne? So. Aushelfen. Ja, wie es geht. Bisschen wir jetzt schon, ne? Achso. Moment. Was will wir haben? So. Schießt, bitte. Kriegst du sofort. Aber du hast doch schon eine Hand, du holst. Was ist das denn, du? Unverschämter. Zack. So. Zack. Grillen. Zack. Zack. Und zack. Dann, äh. Zack. Zack. Dann. Zack. Aber erst grillen. Zack, 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 zack. 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 Dann Salat. Zack. Dann den Deckel drauf. Zack, zack, zack. Und zack. Bam. Was? Was? Ich hab so fehlgeschlagen. Bescheuert oder was? Was war jetzt für ein Scheißlaut? Oh, ich hab jetzt die Käse. So, ich hab... Hä? Was war das denn für ein Dreck? Sag mal, geht's noch? So, komm her. Dann hau ich dir jetzt einen auf die Fresse. Ja, ich hatte doch auch ein Cheeseburger. Ey, da mal. Also nochmal jetzt. Zack. Brot. Braten. So. Braten. Zack. Hinlegen. Tomate drauf. Dann Fleischpettig. Na! Hm. Ah, meine Fresse. Komm, verhau ich jetzt, ey. Oh. Ja, das ist jetzt ein Arsch. Ich höre nochmal. Kann ich was? Das ist so ein Scheißdreck. So, jetzt nochmal Fleischpettig. Nein, erstmal grillen, Mensch. So, zack, komm. So, zack. Drauflegen. Dann Käse. Und grillen. Aber ich hab das ja auch gegrillt gehabt gerade. Ich verstehe gar nicht, was das Geile war. Jetzt so. Zack. Jetzt Salat. Zack. Decke drauf. Zack. Zack. Sag mal, was war das denn für ein Blödsinn? So, und zack. Ja, geht doch. So. Aha, was willst du? Cheeseburger, bitte. Yep. Kriegst du sofort. Cheeseburger. Zack. Zack. Oh, es regnet draußen. Zack. Zack. Spenden. Spender, meine ich. Ja, ja. Erstmal grillen. Hätte ich fast wieder Saukbrot draufgelegt. Hätte ich beinahe wieder Mist gebaut. Wir haben zack. Zack. Äh, hey, hey. Liegen lassen. Zack. Käse. Grillen. Vier Minuten haben wir noch. Perfekt. Zack. Drauf. So. Zack. Salat. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Nein, Idiot. Was hab ich gemacht? Oh. Aber ich hab trotzdem Punkte dafür gegeben. Ich hab da. Ich bin. Das war grad schädelig. Weil Leute aber richtig schädelig. Aber trotzdem dafür bin ich noch ein bisschen Punkte gekriegt. Zum Glück. Das ist wahnsinnig ganz sauer geworden gewesen. Oh, Mann, ey. Ja, komm. Zack. Zack. So. Jetzt. Ach, Mist. Falsch. Zack. Oh, jetzt. Also langsam. Ne? Ah. Erst grillen. Erst grillen. Also, Leute. So ein Job hier. Ne? Wenn ich nicht wirklich schaffe, wie wir jetzt sehen. Ha. Oh, Mann. Ah. Ah. Ich hab in die Schädel schon wieder droht draufgelegt. Leck mich am Arsch, Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ey. Oh. Das gibt wieder ein bisschen weniger Punkte. Mist. Oder gar keine. So. Oh. Ich hab die vollen Punkte gekriegt. Echt? Ja. Nice. Aha. Das war nett. Dankeschön. Kriegst du. Kriegst du. Kriegst du. Kriegst du. Ich hab trotzdem die vollen Punkte gekriegt. Ach. Nice. Und zack. So. Fertig. Grillen natürlich erstmal. So. Na komm. Zack. 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 So. Käse. Grillen. Ach. Die Käse muss ich also gar nicht unbedingt grillen. So. So. Dann den Salat. Warte mal. Wie lange grillt der Salat eigentlich? Na hey. So. Jetzt mal gucken. Ich lass den Salat erstmal grillen. Komm. 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 Irgendwann muss er doch auch mal fertig sein. Naja. Gut. Egal. Wollen wir noch. Wollen wir noch. Zack. Aber Farmer Salat ist ja auch eigentlich scheiße. Also wirklich. Nein. 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 So. Was will der Nick? Was will die nicht mehr sein? So. Was willst du? Tschüss. Kein Problem. Wird kommen. So. Braten. Zack. Zack. Dann. Zack. Nachher. Zack. 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 So. Dann Käse. Zack. 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 Dann. Dann Salat. Sag mal hab ich jetzt eigentlich. Ja. Toll. Zack. Wie viel hab ich schon gemacht? Wie viel jetzt? Cheeseburger. Kein Problem. 5 für 5. Okay. Wir machen ein bisschen mehr jetzt. Ja. Noch 2 Minuten. Also. Bengeln wir die 2 Minuten jetzt noch ordentlich durch. Zack. So. Und im nächsten Part Leute. Geht's dann ab. Zurück in die Vergangenheit. Nach 1795. Dann mit der rechten Mausetasse Leute. Ne. Oder mit Maus. Ne. Könnt ihr. Ne. Vor und dran ziehen. Die Sachen. Pass auf. Ich sag ich dir mal. Guck mal. Seht ihr? Dann könnt ihr nämlich die Käseleiter drauflegen. So. Zack. Zack. Hier ist Salat. So. Zack. Jetzt das obere Teil. Zack. 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 Und. Zack. So. Und. Beenden. Hoho. 71 haben wir jetzt gekriegt. Perfekt. Uran kostet 15 Dollar. Perfekt. Wir holen mir noch gleich 1, 2 Uranzellen noch dazu. So. Jetzt holen wir fix noch 1, 2 Uranzellen dazu. Und dann Leute. Geht's beim nächsten Part los in die Vergangenheit. Yeee. Und. So Kollege. Grüß dich. Zack. Eins. Ah. Oh. Mann, 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 Mann. Vernünftig. So. Und. Zack. Das darf doch wohl nicht. Dein Ernst jetzt? So. So. Komm her. Zack. Ja. Ja. So. So. Na. Aufmachen. Äh, nein. Zwei. Rein da. Und. Zwei. Rein da. So. Zu. Eine Sache. Gucken wir uns eben nur zum Schluss des Parts eben kurz an. Ob es hier diese Boxe gibt. Ach. Gibt es tatsächlich. Yeah. Haha. Wir nehmen jetzt gleich auch noch ein paar Kästen mit, Leute. Die können wir nämlich sehr gut gebrauchen. So. Nummer eins einmal bitte. Na. Nummer eins einmal bitte. Die nehmen wir uns auch mit, Leute. Die sind nämlich auch sehr nützlich. So. Und zack. So. Macht ja acht Euro, ne? Sechs. Ach echt? Wurst wir sogar so günstiger gegeben? Okay. Also das ist aber lieb. Dankeschön. Haha. Nice. So. Eine Taschenlampe. Jawohl. Nehmen wir auch noch mit. Können wir auch noch die brauchen. Wenn es dunkel ist, ne? Perfekt. So. Ja, Leute. Ha. Jetzt rüsten wir es in dem Pfad noch zum Schluss noch ein bisschen auf. Und dann bing-a-ring. So. Thank you. So. Taschenlampe. Ah. Mit F. Ah. Also. Aha. Okay. Alles klar. So. Zack. Taschenlampe wieder wegpacken. So. Motorhaube wieder aufmachen. Ähm. Nein. Oder doch, 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 doch. Kasten da rein. Jawohl. Und. Nochmal. Nochmal Kasten da rein. Zumachen. No, Mist. No, Mann. Okay. Warte mal. So, jetzt. Aha. Jetzt aber. Jetzt aber zumachen und. Na, wer sagt's denn? Bingo. So. Ja, Leute. Dann steige ich ein. Dann speichere ich wieder ab. Ne? So. Nehmen wir den F. Zack. Zack. Save. Bestätigen. Und, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Gibt mir einen Daumen hoch. Und in der nächsten Folge, in der dritten ist es dann. Ach, ich werde das nicht sagen. Geht's dann los. In die Vergangenheit nach, ähm, 1795 und dann holen wir wieder die Uhr und dann geht's wieder zurück in die, diese Zeit hier. Warte mal ganz gut, eben mal gucken. Ah, das hat's mir eingegeben. Alles klar. Darum sehen wir die Zeit, die wir eingegeben hatten. Okay. Und da, wo wir gewesen sind, genau. Ach, umso perfekter sogar. Ähm, genau. Ja, genau. So. Okay, alles klar. Zeit gleich war aus. Und dann würde ich sagen, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Gebt mir einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal bei No Time. Das perfekte Zugebzeitsspiel. Bye.